so wollen wir spielen nächste runde und kannst schon wieder groß das ist haben wir nur ganz im ernst haben wir nur ganz im ernst haben wir nur haben ganz im ernst haben wir nur zwei rollen oder warum was ist los haben wir haben wir die hat der rost hier ausgestellt oder was sie müssen mal gucken was da ich bin hier mein crew der mörder ist meine gärtner durch die nächste aufgabe sehr schön wo sind alle oder war jemand und dass man nicht verdächtig ist hallo hallo nicht ich bin gerade ein puzzle gemacht bild repariert auch teppich sauber machen sehr schön ich bin wieder an der wand war russlich so viele spinnenweben nix soll schon mein task allein nicht oder was nix hallo 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 wer ist denn der host von diesem spiel ist das gut muss hier mal mit mit ins studierzimmer von euch ich habe durch sieht sie leer aus hier ich habe meine mental ist an die nicht mr gurus mr gurus dann kann es sein dass du was für falsches eingestellt hast irgendwie das war hast du wollen eingestellt wir haben wir nur haben nur enttunst und ganz das ist jetzt irgendwie werde ich jetzt wird irgendwie nur noch ganz es gibt keine ich will ich bin noch nie irgendwie eine rolle gewohnt das ist das ist glaube ich hast du das mister da mussten wir die anderen muss man ein paar rollen einstellen müssen wir nicht mal im menu machen damit wir müssen ich habe nichts gemacht also ich weiß nicht wer das als nächstes mr gurus siehst du das da ist was siehst du die augen ist was in der schuppen da kommt blut unten draußen siehst du die roten augen das würde mir sehr verdächtig das nennt und würde ich sagen er sieht doch für süß aus in diesem poste ich glaube ich glaube da gehen mal alle ich glaube ich habe einen task erledigt was mit welcher bieten hast du noch tatsächlich noch welche dann mach mal hier und damit wir das mal schaffen hier ich glaube ich habe ich bin hier durchgehend habe hier nur ein turmen gehen Punkt hallo hallo er hat mich hier an ich vertraut jetzt mal Mr. Dude du wirst du mich nicht sass du wirst du mich nur wieder an zu öffnen aber für Frame habe ich wieder Angst da war auch schon mal ein poster hier da war schon mal eine answer die aufgaben schon nein 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 geh mir weg 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 äh wer hat denn eine aufgabe noch nicht ich habe noch Frame hat noch eine aufgabe oh ich habe hier noch eine aufgabe ich habe hier ein rechen ich habe hier ein rechen muss hier die Befehler muss hier irgendwie sauber machen oder so was muss ich hier machen was mache ich hier muss die feder weg hatten oder was ist meine aufgabe hier ja dann ist er wahrscheinlich Hallo! Hallo Bordiger! Tschüss Bordiger! Äh, gehen wir mal auf! Ja, weiter! Ich war ultra verzweifelt! VXNI war's! VXNI war's! Münzen, gib Münzen! Ich war zu doof, ob diese Punkte zueinander verbinden! Sehr schön! Bei dem Ofen? Ja, ne... So Horst, kannst du das mal hier einstellen! Hier kannst du auf die Schreibmaschine... Geh mal auf die Schreibmaschine! Geh mal jetzt hier auf die Schreibmaschine und dann kannst du mal hier ein paar Rollen einstellen! Hier gibt es so ganz lustige Sachen hier! Kannibalen, Dax und so weiter! Ich sehe jetzt schreckt... Was ist denn das da? Achso! Ein Bodo-Bird! Dodo-Bird wäre nicht cool! Was wollt ihr denn alle drin haben? Achso, Dodo-Bird! Dodo-Bird! Das ist der Jester! Der Jester aus Among Us! Du hast daraus gewartet! Weißt du, was ich das letzte Among Us gespielt habe? Also, du kannst also hide! Das ist halt hier... Das ist halt hier... Aber da steht doch eigentlich immer, was du machen musst, oder? Steht ja auch drunter hier! Also, als Dodo-Bird musst du halt, wie der Jester in Among Us, musst du dich halt verdächtig machen! Du musst halt, wenn du eine Leiche siehst, musst du auf der Leiche rumtanzen! Und wenn die Leute dich dann rausvoten, dann hast du gewonnen! Dann ist dann das Spiel vorbei! Also, wir sind ja nicht so viele! Also, ich weiß nicht... Soll ich alle reinmachen? Ne, ne? Ja... Ja, wieso nicht? Da hat jeder eine Rolle, da ist doch lustig! Ja... Mir ist es egal! Wir können auch einfach mal alle reinmachen! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Ach was! Los geht's! Ich meine... Ja... Oha! Kannibal! Can eat a corpse once per game. Oha! Oha! Viel Spaß! Wir sind der Crewmate! Wer ist das? Die Glocke? Die Glocke ist der Button... der Alarmbutton, den nicht drücken. Hier habe ich eine Task. Okay, das kann ich gerade nicht machen. Aha. Ich kann mich verstecken. Sehr schön. Und hier habe ich noch eine Task. Oha. Bevor die mal ihre Tasks fertig machen. Hallöchen. Hi, VL. Hallo. Hi, VL. Oh, hi. Ich finde es lustig, ich kann mit ihm reden, aber er nicht mit mir. Warum kann er nicht reden? Oh, warte, ich habe hier eine Task. Ich muss den Ofen sauber machen. Oh, Feuer. Sehr schön. Und wünsche mir. Ich glaube, ich habe da oben noch eine Task. Hallo. Und genau. Hallo. Hallo. Was ist los? Famous Tod. Achso. Ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Ich habe dir nur meinen Task gemacht. Ich habe einen kurzen Hosenmann ein Alibi gegeben. Zumindest in der Zeit, wo er bei mir war. Weil er mir Sachen erklärt hat. Ja, klar. Wir haben auch gemeinsam geputzt. Was soll das denn? Ja, ja, das ist mein Uhr. Ich habe zusammen geputzt. Werner, du oben auch mal irgendwie nach gemeinsam. Okay, wo die Zeit beginnt. 40 Sekunden haben wir Zeit. Was hast du denn gemacht, Mr. Tude? Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Das letzte, was ich gerade eben gemacht habe, ist, ich habe auf einer Vase einen Fingerabdruck gefedert. Ich mache ja auch noch meine Tasks. Wieso verdächtigt dann, ja, botige dich? Keine Ahnung, weil er vielleicht selbst ist. Vielleicht ist er ja auch dieses, 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 was ich rauswerken will. Wie hießen die nochmal? Dodo, Dodo Vogel. Dodo, naja. Sie hat Frame auf dem Gewissen. Ich habe niemanden getötet. Wie sagst du? Mr. Tude, falls du so zu uns kommst, wir töten dich, ne, Mr. Tude. Genau. Ich, aber... Mit unseren Stimmen. Ich will leben. Vertreter. Hey, Wani, wohin, wohin? Ich suche mal noch Tasks. Inspekte... Ah, hier habe ich nur Tasks. Oha. Das, das, das. Ich will eigentlich die Tasks nicht machen. Versteck mich. Warte, bis jemand vorbeikommt. Wie das hier funktioniert, weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ging irgendwie nicht. Vielleicht irgendwie hier durch. Oder hier so. Das kann man wahrscheinlich auch totstellen. Nein, 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 nein. Ist das gut? Oh, oh, oh. Was ist los? Was macht er denn hier? Was ist los? Was macht er denn hier? Was macht wer? Was macht wer? Mhm, mhm, okay. Was macht wer? Okay. Mhhmm. Kann ich mal einn enter. Ich habe die gegessen. Keiner wird es dich bemerken, dass du tot bist. Ist das ein gruseliger Schuppen? Zum Glück kann ich mich darin nicht verstecken. Wo sind denn die alle? Machen ihre Tasks oder was? Verdammt! Oha! Oha! Alle tot? Ich muss es trotzdem melden. Ach du Scheiße! Alle tot? Okay! Oh mein Gott! Ey Vanny! Ja ich kann das erklären. Also Vanny hat eine neue Task gemacht. Und sie musste irgendwelche Mäuse töten und ich war ja fertig. Und Bo-Tiger war bei uns und ist aber die ganze Zeit so auf und ab gegangen und war so suspicious. Und dann ist er zu nah gegangen und dann habe ich ihn eben getötet, weil ich so eine Fähigkeit hatte. Aha! Du hast ihn also getötet. Dann bist du ja verdächtig hier. Ja. Aber Manni, hör mich an. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Manni, hör mich an. Wenn du gewinnen willst, dann wähl mir jetzt einfach den Zwergenfürst. Was? Nein! Ich glaub dir nur, du machst meinen Tasks, als ob ich jetzt... Das ist das einzige Logische. Er hat getötet, du hast den doch... Das ist das einzige Logische. Ich lenk jetzt nicht von dir ab! Ich lenk jetzt nicht von dir ab! Ich lenk nicht von dir ab! Ablenker! Sehr gut, Wanny! Ach! Seid doch mies! Lenk von dir ab! Digi! Boah, das ist aber brutal! Digi! Digi! Sehr gut! Ich war Kannibalen-Enter! Sehr gut! Einen habe ich tatsächlich noch verspeist! Das habe ich geschafft! Das ist... Sehr schön! Hast du das mitbekommen, wie ich dich verspeist habe? Irgendwie... Ich weiß nicht, wen habe ich verspeist. Irgendwie habe ich dann noch... Sehr schön! Aufweil mal so viele weg waren! Wo ist Bootyger? Wo ist die gelbe Ente hin?